Dieser Jaguar ist aus dem Baujahr 2001. Es lohnt sich ihn einmal genauer anzuschauen. Er hat einen Benzinmotor und eine Automatik. Das geräumige Interieur bietet 5 Personen den Komfort von einer Klimaautomatik, einem Bordcomputer, Servolenkung und Zentralverriegelung. Möchten Sie dieses Auto selbst erleben? Dann klicken Sie hier, um einen unserer Mitarbeiter zu kontaktieren. Musik 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 Musik